Wenn du nun prüfen möchtest, einen AVGS Gründer-Coaching-Gutschein zu beantragen, dann wird es in diesem Video darum gehen, welche nächsten Schritte du gehen kannst und welche Unterstützung dabei bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen zertifiziert nach AZRV, denn das ist die Voraussetzung, damit du auch deinen Gutschein bei uns einlösen kannst. Wenn du bisher bei uns noch kein kostenfreies Erstgespräch gebucht hast, über den Link unterhalb des Videos, dann lade ich dich jetzt ein, diesen Schritt zu tun. Bist du diesen Schritt schon gegangen, weißt du also Bescheid, dass du anspruchsberechtigt bist und weißt auch Bescheid, welche Maßnahmen es genau gibt, dann wäre für dich der nächste Schritt, den Antrag auf AVGS runterzuladen, auszufüllen und dann zu deinem Sachbearbeiter zu schicken. Am besten in Absprache mit unserem Beratungsteam der X-Group. In der Regel händigt dir der Sachbearbeiter den AVGS als Gutschein relativ schnell und schriftlich aus. Sollte es allerdings Herausforderungen dabei geben, also will der Sachbearbeiter mehr über den Umfang und die Kosten und den Inhalt wissen, dann bist du eingeladen, unser Beratungsteam mit hinzuzuziehen. Wir können dir gerne dann diese Fragen gut helfen zu beantworten. Solltest du den Gutschein dann bekommen haben, ist dein nächster Schritt, diesen als Original vorab zur X-Group zu schicken. Solltet ihr dann der Original-Gutschein vorliegen, scann ihn zu deiner eigenen Sicherheit ein und sende ihn auch gerne per E-Mail unserem Beratungsteam zu. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Original, denn das füllen wir aus und schicken es an die Behörde und dann kommt erst die Bewilligung. In der Regel erhältst du dann von deinem Sachbearbeiter die finale Bewilligung. Wir sind dann eingeladen, die entsprechenden Teilnehmerverträge auszufüllen und schon können wir mit dem Gründer-Coaching starten. Alle weiteren Links erhältst du direkt unter dem Video, Download-Formulare, Beispiele. Du bist aber auch immer wieder eingeladen, gerne mit unserem Team Kontakt aufzunehmen. Und jetzt lade ich dich ein, deinen persönlichen AVGS-Gutschein zu beantragen, das Video zu liken, gerne auch den Kanal zu abonnieren und vergiss uns nicht weiter zu empfehlen, denn wir leben von deiner Weiterempfehlung. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.